Du bist Bayan Laila und spiele in dem Film Elaha die Rolle von Elaha. In dem Film geht es um Es geht um Elaha, die bald heiratet und Jungfrau sein sollte, ist sie aber nicht und ihre Auseinandersetzung mit diesem Thema. Elaha und mich verbindet Dass wir beide sehr selten aufgeben, sehr selten Nein als Antwort nehmen, ganz viel Liebe haben und auch ganz viel Liebe brauchen. Von Elaha habe ich gelernt Dass Mutigsein ganz viel bedeuten kann, ganz viel Unterschiedliches. Kulturelle oder familiäre Vorstellungen können Können sehr, sehr, sehr schön sein und auch manchmal limitierend. Sexuelle Selbstbestimmung heißt Dass es keine Form gibt, die man erfüllen muss. Seinen eigenen Weg zu gehen bedeutet Dass man manchmal Leute verlieren muss auf dem Weg. Der Film zeigt, dass Dass es nicht alles in Schwarz-Weiß ist und dass es Monster gibt und Opfer, sondern in den meisten Fällen viel komplizierter ist. Bis zum popped! Das ist es gelin ist,iros! Und das ist doch immer so Ponties, wie auf die 밑raisue Ver 골�atet! Achseuje Komm! Komm! Untertitelung des ZDF, 2020